ja heute kommt zu Let's Play Trouble in Mineville auf der Map Forge, ja da unten steht's. Was? Ich bin in Forge. Komm schon, hängt's jetzt grad? So, vorhin hat's ganz Zeit, wo ich später mit nicht gehangen. So, jetzt probieren wir noch einen Stein schwer zu kriegen. So, das ist uns, das ist uns, das ist uns, so. Hallo, hallo, so, jetzt haben wir alles, so. Ach nee, hab ich ja schon vorher, so. Jetzt haben wir noch einen Trader, aber ja, ich hab ein paar Trader-Pässe benutzt, aber nicht für selbst spielen, sondern ich hab probiert, die in der Aufnahme zu verwenden. Ich hab auch aufgenommen, dann wurde ich gekillt. Oder es waren halt scheiß Aufnahmen. Ja, und ich probiere es heute zu schaffen für 1500 Kama. Probiere ich. Ja. Gehe ich wieder hoch. Komm, geh ich einfach hoch. Das ist ein Trader. Was, ein Zufall. So. Eigentlich muss ich jetzt langsam und nicht was, nix überstürzen. Ich bin einfach so voll als Trader schlagen. Der ist halt so nahm, so. Und der da drüben sieht gut aus. Kann ich jetzt auf keiner jetzt sehen. Ich runterlaufe. Zack, 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 zack. So. Den da holen wir uns. Der läuft so schön abseits, der ist uns. So. Ich glaub, der hat doch gar kein Schwert, also können wir's schaffen. Oh. Verarsch mich. Oh. Und wenn wir Jump Run, wenn's mal wichtig ist, verkack ich's doch immer. Das ist... Wie ist der hochgekommen? Oh. Hi. So. So. Go test. Go. So. So test uns, jetzt, 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 jetzt. So. Sagen wir schon mal 165, glaub ich, schaffen sogar die 1500 da, Marke. ein traiter brauchen wir noch einen dann gehen wir rein so gibt es noch irgendjemanden die bisschen kriegen können und es jemand sieht ich jetzt nicht mehr viel spieler der da sieht so schön abseits so was soll ich jetzt machen hallo woher weiß er dass ich traiter bin woher ach scheiße ja das kann nicht dauern dann gehen wir auf einen anderen sky temple hoffentlich dasselbe wo gibt es schön so noch sechs Sekunden das kann ich ja noch ein bisschen warten ja dann sehen wir uns gleich wieder